Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei StabilTV. Wir zocken heute Payday The Haste und zwar mit dem Filmu, dem Xenox, dem Maui Gems meiner Wenigkeit und dann noch dem Xenox HD HD natürlich. Dem Xenox mich gerade zweimal genannt. Richtig gut. Ja, das ist der Quoten, Digga. Ja, der Xenox ist auch noch dabei. Hallöchen. Ja, das steht so fein. So, äh, müssen jetzt... So, was machen wir jetzt? Dein Typ ist da oben. Sag mal, Philipp, du rennst hier wie so ein... Alter, die Musik. Halloween? Alter, voll krass. Wir wären hier in der Kirche oder was? Ne, das ist wirklich... Ich glaub wegen Halloween. Ne, das ist der Kühlschrank. Da oben ist der Typ, okay. Ähm, ich würd sagen, zwei gehen in die Lobby. Ja, den geh ich. Und zwei holen. Ja, die Nils ist gerade jetzt schon. Xenox, komm du mit. Xenox, geh du mal mit, Markus. Okay. Hier ist noch ein Polizist. Wie, vielleicht können wir das auch... Alter, die Musik ist voll crazy. Wir können das vielleicht auch leise durchführen, oder? Leute, wir haben jetzt angefangen. Boah, wir hätten das auch leise durchführen können. Wow. Wofür braucht man denn? Ach, da oben braucht man das. So. Ich mach mal kurz hier die, äh, Geiseln. Ich mach aber auch schon eine. Ja. Wie macht das oben? Alter, ne Packpfeife ist... So, ich nehm ein paar Geiseln. Hm. Ja. Haben wir den Dings eigentlich ausgelöst? Da ist noch... Da steht noch einer, ne? Ne, ich denke, der Alarm wurde noch nicht ausgelöst. So, ist ja noch irgendwo eine Kamera. Ne, die hier oben ist da. Die noch. Die hab ich. So, die, die. Haben wir auch einen Bohrer? Ähm, wir... Ja, ich wollte, ich hab ihn grad geholt. Okay. Ich muss grad nur gucken, weil da oben steht noch so ein Termin dran. Weil, dann geht es schneller, man hat das Durchbrennen. Warte mal, was muss ich denn hier machen? Da ist noch eine Kamera. Benutzt die Bohrmaschine, um zum Tresorraum zu gelangen. Da oben ist der andere, ne? Ja, wie können wir die Bohrmaschine jetzt holen? Die ist schon dran. Ah, okay. Ne, wir müssen sie erst noch setzen. Ah, irgendwie kommt keine... Ja, ich muss ja erst noch setzen. Ja, ja, doch jetzt kommt eine. Okay. Also, zwei müssen auf jeden Fall hier in der Lobby verteidigen, weil da kommen richtig viele. Jo, also ich bin hier. Oh Gott, noch eine Geisel. So. Oh, das war ein Zivilist. Äh, aua. Bleib unten, du Penner. Ah. So, sagen wir mal Hallo. Hm. Äh, Achtung, von rechts kommt eine, äh, eine Geisel. Oh, what? Bleib hier. Machst du die mal... Laufen hier. Die ist unten, die ist unten. Ah, okay, nice. Warte, ich. Hä, wir haben die den Zivilisten denn befreiht? Sturmangriff. Oh, Sturmangriff, warte mal. Ah, scheiße. Sniper? Ja. Okay. Boah. Haben wir noch ein paar Geisel? Ja, sechs Stück. Okay. Nee, weil, dem kann ich noch hier ein paar nehmen. Von wo? Von wo? Ah. Oh. Ich kriege der Tal auf die Fresse. Von wo? Ah, da. Alter, ohne Spaß. Ah, da oben. Ah, über uns. Hä, über uns? Hier ist doch gar nichts. Doch, da war einer. Oh, fuck, jetzt kommen wir langsam rein hier. Oh, fuck, fuck. Ich bin fast tot. Oh, ich habe keinen Muni mehr, fuck. Ich leg hier immer Muni hin. Wow. Alter. What the fuck, what the fuck. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein, nein, 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 nein. Markus, du bist doch schon wieder ganz woanders, ne? Ja, ich bin immer noch hier. Wenn ihr da wieder reingegangen seid und ich gerade noch unter Beschuss stehe, dann kann ich nicht einfach mal mitten reinrennen. Bleibt einfach, weil ich habe mein Spiel trotzdem noch zu laut. Ja. So, einfach mal durchlaufen. Oh, fuck. Sinox, geht zurück, 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 zurück. Ja, 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 ja. Wow. Oh, fuck. Schild. Okay, Alter, ich kriege hart aufs Maul hier. Oh, richtig hart. Nicht in die Dings gehen, wenn da eine Smokers ist, das ist Selbstmord. Oh, okay, ist der Wohrger. Mach das Schild kaputt. Oh. So. Sollten die, äh, bis heute die Materialien... Phil ist down. Ja, hab ich. No, da ist ja, no, schild, 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 schild. Fuck, ich habe keine Money mehr. Löscht gerade einer von euch die Bilder? Ah, ich mache gerade schon. Ich will gerade die Bilder löschen, ne? So, ich nehme mal Money. Okay. Oh, ja, noch. So, die Tasche ist weg. So, ich habe die Überwachungskomeras gelöscht. Gut, gut job. Okay, die ist bald fertig. Mhm. Alles klar, ein Heli. Ja, aber Sturmangriff ist zum Glück erstmal weg. Okay. Oh, ich kann mir mal... Oh, ich kann mir... Oh, fuck, noch einer. Oh, ich kann... Ah, fuck, hier ist ja kugelsicheres Glas. Ich kann keine Bohrer. Boah, ich kann die Bohrer nicht, äh, neu setzen, ich kriege immer Schaden. Ja, ist doch ein Sniper, die kommen, denke ich, von oben. Ja. Ich gehe mal da hoch. Ah, jetzt ist er weg. Ich mache schon, ich mache. Ah, los, 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 los. Doch. Obi-Bohrmaschine. 60 Sekunden. Ich dachte, die Obi-Bohrmaschine reiht nicht alles aus. Ah, die Muni ist ja schon weg, fuck. Ja. So, wir hatten die... Ach so, wir könnten noch das zweite Team, ähm, ja, Termit holen. Wo ist denn das? Äh, warte, ich... Ah, Xenox, komm mal mit, ich kann's dir zeigen. Oh, ja, wir sind... Weil, dann geht es schneller. Jetzt, äh, wie lange braucht der Brauer noch? Jo, warte, ich kann mit. Vielleicht durch. Kannst du es ja nehmen? So. Ja. Äh... Hast du es schon genommen? Okay. Achtung, vorne. Der Bora ist gleich fertig. Und, der ist fertig. Oh, warte, jetzt ist er fertig. Ja, geh auf. Okay, go, go. Da fliegen die Hütte. Jo. So. Alter, voll die Konzentration hier. Okay, jetzt haben wir, äh, alles an TNT, dann können wir nachher... Ne, wie es halt geht, ne? Musst du aber auch setzen, Xenox, Xenox. Jo, warte, ich komm. So, ihr macht das hier, wir halten dann hier vorne die Stellung. Jo. Ich hab keine Muni mehr, das ist das Blöde. Jawoll. Level 2. Soll ich auch noch Termin... Ah, Leute, du bist gerade bei einem Sicherheitsmann vorbeigelaufen. Echt? Ja. Jetzt, ich brauch Muni, ich hab keine Muni mehr, ne? Soll ich das da auch noch reinmachen? Ja, warte. Ja. Muni, ich platziere Muni. Dann geht's schnell. Da kommen eigentlich ganz viele durch die Tür, also. Okay. Hast du? Ja. Okay. Also ich hoffe schon. Ihr könnt alle nach vorne decken, da kommt... Wenn uns doch unten rechts dran... Okay, ne, hab ich nicht mehr. So, dann wollen wir mal. Mein Munitionsvorrat ist bereits gefüllt, seit wann bist du? Ich komm auch noch klar mit Munition eigentlich. Ah, da kommen wir viele Wecker, da nicht dahinrennen. Markus Wecker. Ja, ich komm doch schon. Achtung, von den Liften. Ja, da kommen auch welche. Haben sie auch welche gekommen? Ne, noch nicht. Hier in dem Raum bleiben, das ist viel besser. Jo. Jetzt kommen sie, glaub ich. Jetzt hab ich den Fahrstuhl gehört, oder? Ja. Lol. Alter, der hat mir ein Geschenk. Zack, du Penner. Ah, bis die Muni nehmen hier. Achtung, Lifte. Ah. Das soll leider keine Zeitangabe bei den TNT haben, das scheiße. Oder das ist ein Termin halt. Hm. Äh, wie ist das eigentlich beim Nachladen? Äh, verlieren wir die Munition, die im Magazin noch ist, wenn man nachgeht, oder? Nein. Ah. Ah. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Wäre sonst krass. Ja, also, bei Lifteal 4 ist es, wenn du das anfängst, wenn du das nicht beidest. Ist aber nicht bei Lifteal 4, aber bei Lifteal 4. Nee, das kannst du ja einstellen. Ja. Genauso wie du auch einstellen kannst, dass zum Beispiel Command und so weggehen, was du das jetzt ins Platz hast und so. Taser, versuch. Oh, ja. Blöder Taser. Okay, wie lange dauern das jetzt noch? Das ist dauernd, das ist bis es halt Bescheid sagt. Bis es halt so weit ist, ne? Hm, okay. Vorne drin, einer. Noch zwei, auch einer. So. Lift. Aber das ist jetzt halt nur ganz gut, die Stellung. Sturmangriff. Keine Granaten. Okay. Oh, oh. Taser ist weg. Phil, komm mal hinter. Komm mal weg. Bin hier gleich tot. So, ich nehme mir noch keine Money. Jetzt hat keiner von euch eine Arzttasche. Ich habe dann noch Money, falls die Teile dann weg ist, ne? Wir haben ja noch eine. Okay. Der läuft da schon wieder vorne. Nee, jetzt zurück. Du stirbst uns. Munition holen. Nicht in die Gänge gehen, das ist scheiße. Also, schnell schaffst du es ja auch nicht, wenn du dir mal dicke Haut abgegrültet hast. Er ist ja noch nicht so weit. Jetzt ist übrigens fertig. Ich habe mir auch mal ein bisschen Money gehört. Ist ja noch zurück, ne? Jo. I'm coming. Get the Money. Ich habe mir erstmal das extra Geld ein. Wie abgeht, alter. Ist ja ordentlich Kohle, ne? Jo. Wunderbar, Level 13. Neue Waffe. Uh, Level 4. Okay, dann kann ich dir jetzt nehmen, ne? Wer hat denn hier die Munition hingelegt? Das war er wahrscheinlich auszusehen. Ich habe meine noch. Ich nicht, ich habe meine auch noch. Okay, und wo geht es jetzt raus? Wieder im Haupteingang, oder? So ungefähr. Okay. Da, wo bin ich? Ich habe ein Schild. Hab ihn. Achtung, behinder. Oh, Juggernaut. Boah. Los. Wir müssen. Wohin? Raus. Go, go. Immer zusammenbleiben. Ja, ja. Munition nehme ich mir noch. Jo. Okay, das sind wieder ein paar mehr. Komm, komm raus da. Hey. Gib dir Deckung. Oh, Smoke. Smoke können wir aber auch nutzen. Oder auch nicht. Oh, Schild. Oh, Scheiße. Ist tot. Fuck. Wir müssen warten, bis er auch weg ist. Jetzt ist er weg. Oh, oh. Reload. Und hinten kommen auch noch welche. Ordentliche. Die Joggen, die Joggen, die Joggen, die Joggen, die Joggen, die Joggen, die Joggen. Oh, oh. Wieder Smoke. Wir müssen hier weg. Sturmangriff, ne? Ja. Schade, lass einfach raus, dann jetzt. Juggernaut. Jo. Markus, alle raus, alle raus. Renn, 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 renn. Geh raus. Oh. Geh zum geiler Reformerraum. Oh, laufen, 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 laufen. Okay. Für mich ist es gerade wie bei den Simpsons, ey. Ich setz gerade in Sprengstoff. Bis dann. Warte mal. Ich mach den letzten. Ja. Nice. Boom. Achtung. Okay. Wow. Der knippelt mich nieder. So, gehen wir jetzt mal auf die Toilette, oder? Jo. Ich helf kurz Nils auf. Helft mir mal bitte. Oh, Leute. Fuck, ja. Das hab ich nicht mehr bekommen. Ah, fuck. Alter, ich komm da nicht mehr raus. Leute, hier mit. Mitkommen, mitkommen. Ja, wir kommen doch schon. Jo, jo. Einer ist noch auf der anderen Seite. Wo? Ah, da. So, weg hier. Rennt, rennt, rennt. Wow. Alter, das war knapp. So. Jetzt schnell abhauen. Ja, jetzt kommen hier nämlich noch ein paar. Laser. Laser. Oh, jetzt sind noch ein paar Geißeln. Okay. Und jetzt fahren wir da mit dem Truck oder so weg. Alles klar. Ich fahr. Nee. Ich will ans Fenster. Ich will aber vorne sitzen. Oh, der kommt da. Wir fahren mit mir Müllwagen. Ich sitz vor mir, aber nicht hin. Jo. Oh, ich glaube, der blutet ein bisschen. Ausgezeichnete Arbeit, meine Herren. Nur ein bisschen. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Wir haben die Mundtasche vergessen. Oh, wir haben einen Intensivisten getötet. Nice. Okay, was steht denn hier? Level 14. Ja, Mann. Gesamtkills. Oh, Level 16. Oh, nice. Ich habe einen Kabelbinder. Ich habe das zweite dicke Haut. Das ist sehr gut. Ja, ich habe den Töten. Jetzt muss der Moderator wieder abreden. Nee. Ich danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Haut rein. Ciao. Ciao.